Schwerbehindertenausweis abgelaufen. Habe ich trotzdem Anspruch auf eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe einen Schwerbehindertenausweis mit einem Grad der Behinderung von 50. Dieser ist befristet und läuft zum 1. August 2022 aus. Ich wollte zum 1. Februar 2023 eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragen und habe nun Angst, dass ich die Rente nicht mehr bekommen kann. Die Rentenversicherung will den Ausweis als Nachweis für meine Schwerbehinderung haben. Von dem Versorgungsamt, von dem ich den Ausweis habe, habe ich bislang noch nichts gehört. So oder so ähnlich klingen die Anfragen auf rentenbescheid24.de, wenn es um das Thema Grad der Behinderung 50, Schwerbehindertenausweis, dessen Geltung und die Altersrente für schwerbehinderte Menschen geht. Bitte Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Der Schwerbehindertenausweis ist das eine. Der gilt als Nachweis dafür, dass sie schwerbehindert sind. Wenn er abgelaufen ist, heißt das aber noch nicht, dass sie nicht schwerbehindert im Sinne des Sozialgesetzbuchs Nummer 9 sind. Das ist ganz was anderes. Grundlage für den Schwerbehindertenausweis ist eine behördliche Feststellung mit einem Bescheid, dass sie schwerbehindert sind. Das ist der sogenannte Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes oder hier in Sachsen-Anhalt des Landesverwaltungsamtes. Und solange dieser Bescheid vom Versorgungsamt immer noch den Grad der Behinderung von 50 beinhaltet und der nicht aufgehoben oder geändert worden ist, gelten sie weiterhin als schwerbehindert, auch wenn sie den Schwerbehindertenausweis nicht mehr haben oder der abgelaufen ist. Solange eine Änderung des Bescheides, also dass das Versorgungsamt oder das Landesverwaltungsamt jetzt sagt, bei dir liegt nicht mehr Grad der Behinderung 50 vor, sondern meinetwegen nur noch 30. Und solange diese Änderung, dieser Änderungsbescheid nicht rechtskräftig ist, gelten sie weiter als schwerbehindert. Denn sie können ja gegen eine Änderung, Widerspruch oder Klage einreichen und solche Verfahren dauern. Und erst wenn ein solches Verfahren rechtskräftig entschieden ist, erst ab diesem Zeitpunkt sind sie dann nicht mehr schwerbehindert. Aber es gilt ja auch noch für sie, wenn dann diese Rechtskraftfrist abgelaufen ist, eine Schutzfrist, eine dreimonatige Schutzfrist, in der sie weiterhin als schwerbehindert gelten. Das heißt also, sie können innerhalb dieser Schutzfrist dann auch noch einen Antrag auf eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen stellen. Also in unserem Fall ist das aus meiner Sicht bisher überhaupt gar kein Problem. Der Mandant kann eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragen. Er gilt so lange, wie der Bescheid des Versorgungsamtes nicht aufgehoben worden ist, als schwerbehindert. Und bitte nicht vergessen, er hat ja auch noch die dreimonatige Schutzfrist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.